Musik In der Früh des Tages machten sich die Frauen auf den Weg zum Grab, so heißt es in der Bibel, um den Leichnam Jesu zu salben. Die Frauen haben sich viel zugemutet. Sie hatten ja gesehen, wie Jesus gefoltert wurde, wie er gekreuzigt wurde. Sie hatten gesehen, wie sein Leib übersät war mit Wunden. Und diesen Leib wollten sie nun berühren und salben. Wie waren sie bereit, sich hinabzubegeben ins menschlichste Jesu, aber auch sich erneut den Unmenschlichkeiten auszusetzen, die sich an Jesus ausgetobt hatten. Wo sie so bereit waren, sich ins Menschliche zu begegnen, da begegnen sie dem Göttlichen in der Gestalt des Engels. Gottes Leben war im Grab, hatte den Leichnam Jesu erweckt zu neuem Leben, hatte Tod, Schuld, Unmenschlichkeit mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit erfüllt. Mitten in der Menschlichkeit begegnet den Frauen das Göttliche. Sie erfahren Ehrfurcht. Und der Engel sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit ist im Menschlichen näher, als wir denken. Gottes Barmherzigkeit ist im Moment.